Maxi Zimmer, zweifacher Torschütze, direkter Freistoß, eigentlich für dich ein perfekter Tag, oder? Für einen perfekten Tag haben wir leider ein Gegentor, glaube ich, zu viel bekommen. Ich glaube, mit einem 3-1 oder 3-0 nach Hause zu fahren wäre es wesentlich entspannter gewesen. Aber man muss auch mal ein Kompliment an die Flensburger machen. Ich meine, die sind auch Meister in der Regionallianischen Nord geworden. Die haben eine gute zweite Hälfte gespielt. Die erste Hälfte waren wir klar besser. Und jetzt freue ich mich einfach riesig auf Sonntag, dass wir nochmal 90 Minuten mit unseren Fans zusammen einfach alles raushauen. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir am Ende uns durchsetzen. Also ganz klar, Mission Sonntag nochmal so eine Leistung wie heute in der ersten Halbzeit. Und am Ende wird der Aufstieg gefeiert. Ich hoffe es. Dafür arbeiten wir jetzt, regenerieren und müssen nochmal jetzt alles raushauen, was geht. Viel Erfolg dabei. Dankeschön, schönen Abend.